Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, wieder bei einem kleinen, großen Abenteuer. Ich habe jetzt ein bisschen Spaß dabei gehabt, diesen komischen Back da zu beheben. Und, ja, jetzt habe ich den Schlüssel bekommen, den ich bekommen habe, indem ich diesen wahnsinnig attraktiven Würstchen-Wissenschaftler verprügelt habe. Zack, Kickboxen gegen Kampfrunde ergibt Sinn. Warte, hier war doch ein Kleeblatt, oder? Ja, habe ich richtig in Erinnerung. Locker. Ach du Scheiße. Zack, 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 bam. Zack, zack, meine Güte, wie oft noch? Wie komme ich da nochmal vorbei? Kann ich da vielleicht drüber schleichen? Tatsächlich dem... Man kann diesem Dampf ausweichen? Das ist doch... Das ist doch Schwachsinn. Schwachsinn ist das, sage ich euch. Schwachsinn. Du hast einen Behälter mit Gaso Gaming bekommen. Damit kannst du dein neues Super-Chatpack abholen. Fantastisch, fantastisch. Ist hier... Kann ich das bedienen? Okay, das gibt mir jetzt noch einen Schlüssel. Da brauche ich eigentlich nicht, oder? Oder brauche ich das doch? Na ja, wir haben wir... Ja, für diese Tür. Stimmt. So, ich bin wieder hier und jetzt heißt es abhauen. Wie komme ich hier nochmal raus? Ich glaube so, oder? Tatsache. Nun gut. Äh, was sollte ich jetzt nochmal machen? Ja, ich gehe jetzt zurück nach... Zu Giraud, um meinen Super-Protopack zusammenzubasteln. Der Preis für die Fahrt beträgt fünf Sittos. Wo wollen Sie ihn hin? Na Rotringal, bitte. Na Rotringal. So. Sprachdateien werden geladen. Dieser Bildschirm kommt in letzter Zeit ziemlich oft. Ich hoffe, dass mein Laufwerk jetzt nicht wieder anfängt zu brennen. Naja. Man wird sehen. So, ich nehme natürlich die Abkürzung. Abkürzung gelungen. Ah, Protopack. Boah, ich kann es kaum erwarten, das Super-Protopack zu haben. Das normale Protopack ist so... Ich glaube, wenn ich das Super-Protopack habe, werde ich nur noch damit herumdüsen. Was muss ich tun? Du musst mir etwas... Ach ja, ich muss ja das im Inventar auswählen. Oh, danke Twinsen. Jetzt kann ich den Raumschiffantrieb extra stark machen. Guck mal. Hiermit kann ich auch dein Protopack in einen Super-Jetpack umbauen. Jetzt kannst du noch höher fliegen. Jerome hat dir das Super-Jetpack gegeben. Damit kannst du Orte erreichen, die bisher mit dem Protopack nicht zugänglich waren. Fantastisch. Damit rastet man richtig aus, sage ich euch. Und ich werde auch, wenn es um Ebeneflächen geht, das bevorzugen. Seht euch das an, wie schnell das ist. So, dafür brauche ich jetzt aber wieder den Sprung, so leid es mir tut. Zack. Und ich muss ja nach wie vor in die Oberstadt, um dort... Ach komm, latsche ich dann doch lieber eine Runde. Haltet den Mörder! Ja, ja. Ich muss ja in die Oberstadt, um dort mit so einem netten Typen zu reden, der mich mit den Rebellen in Verbindung bringen kann. Das tue ich jetzt. So. Und zack. Diese Tür, die wir da übrigens sehen, ist der Zugang zu dem Casino. Ebenfalls zu diesem Showmaster-Room, wo man den Jackpot knacken konnte. Man erinnert sich, die wollten einen da bescheißen. So. Nette, nette Leute haben hier Maschinengewehre aufgestellt. Und da sind Soldaten. Mit Säbeln. So. Hm, ich möchte hier rein. Hallo, Portier. Guten Tag. Hier kommen sie nicht rein. Das ist geschlossen. Das ist nur für Hotelbewohner. Also, verschwinden sie. Coole Geschichte. Ich verschaffe mir einen Tritt. Ach komm. Wieso kannst du mir eine so leicht klatschen? Könntest du bitten? Autsch. Die Polizei, dein Freund, der Helfer. Ich verstehe schon. Naja. Immerhin habe ich jetzt Zugang. Übrigens, Twinsen würde sofort ertrinken, weil er nicht schwimmen kann. Das ist übrigens der Typ, den ich suche. Sind Sie Herr Rocket? Ich bin's. Was wollen Sie von mir? Rick hat mich geschickt. Ich suche die Rebellen. Ich muss auf das Eiland CX. Sind Sie wohl still? Sie sind ja übergeschnappt. Sprechen Sie nie öffentlich von den Rebellen. Kommen Sie mit in mein Zimmer. Dort können wir uns unterhalten, ohne dass uns jemand hören kann. Ja, da hast du etwas erkannt, was man sehr schnell kennenlernt, dass wir nicht der Hellste ist und einfach sagt, was er denkt. Was in 90% der Fälle nicht förderlich ist. Hm. Hat das kleine Püppchen an die Wand gepisst. Stilvoll, muss ich sagen. Stilvoll. Sie haben Glück, dass Sie von Rick zu mir geschickt wurden. Die Rebellen werden von der Polizei und der Regierung gesucht. Das war sehr unvorsichtig von Ihnen. Was wollen Sie von mir? Der Kaiser hat einen geheimen Stützpunkt auf dem Eiland CX errichten lassen. Von dort aus wird er die Zündung der Reaktoren auslösen, die er unter höchster Geheimhaltung auf dem Mond bauen ließ. Und dann wird der Mond meinen Planeten zerstören. Ich muss auf dieses Eiland, um das zu verhindern. Können Sie mir helfen, dass ich da hinkomme? Ich kenne Sie. Sie sind Twinsen, der Held Ihres Planeten. Der Kaiser und Dark Monk fürchten Sie. Daher wird auch nach Ihnen gefahndet. Die Rebellen werden Ihnen helfen. Hier nehmen Sie diesen Ring. Gehen Sie damit zum Souvenirladen auf Twinsen und zeigen Sie ihn dem Verkäufer. Er bringt Sie zu den Rebellen. Was, Twinsen? Er meint wohl hier nur Tringa, den Souvenirladen. Das ist doch ein Fehler. Du hast den Rebellenring. Dieser Ring ist ihr Erkennungszeichen. Wenn du einen Rebellen treffst, kannst du dich ihm damit als Freund zu erkennen geben. Fantastisch, fantastisch. Dann hätten wir das jetzt auch. Also da, der hat ja gesagt, Rebellen, Souvenirladen auf Twinsen. Das ist aber leider nicht wahr. Tschüss, Herr Poitier. Lieber Ersatzmann für den, den ich eben abgemurkst habe. Er sieht genauso aus. Er hat die gleiche Grimasse. Hm, die haben bestimmt hier eine Klonanstalt. Aber, ouch. Mir bitte den Laser ins Gesicht. So, da sind ja weder den Lasertypen. An dem komme ich ja so nicht vorbei. Zack, zack, zack und da. Boah, sind das süße, boah, sind das süße Wegelchen, ey. Ich möchte auch so eins haben. So, hier ist der Souvenirladen. Zeige ich ihm mal dem Ring. Er sagt noch nie mal was. So, und dann haben wir den Klassiker. Der Klassiker, eine versteckte Tür im Bücherregal. Bist du der Twinsunier, von dem uns Johnny erzählt hat? Ich bin's. Ich muss auf das Eiland CX, um das Steuerzentrum für die Mondreaktoren zu zerstören. Ich muss es schaffen, bevor sie gezündet werden und der Mond auf Twinsun prallt. Jetzt begreife ich das alles. Dark Monk lässt am Tag der großen Zeremonie euren Planeten explodieren. Das ist der flammende Himmel, den er uns versprochen hat. Aber wie kann man das verhindern? Das Eiland CX ist Sperrgebiet. Übrigens finde ich auch sehr merkwürdig, was für Sachen hier aufbewahrt werden. Das sind Bastelsachen, Wattestäbchen, ein Vorhängeschloss, Streichhölzer. Soll das hier etwa so eine Anspielung sein, in welchen Größenordnungen wir uns hier befinden? Twinsun ist gerade mal so groß wie ein Korken? Lächerlich. Ja, okay. Was soll ich jetzt hier machen, mit der Jemmel reden? Wir müssen eine Möglichkeit finden, auf dieses Eiland zu gelangen. Aber wie? Tja, ich weiß es nicht. Sag es mir. Ich weiß nicht, wie das zu schaffen wäre. Das Eiland CX ist wirklich unerreichbar. Man kann sich ihm nicht einmal nähern. Noch mehr hoffnungslose Meinungen, bitte. Noch habe ich hier Hoffnung. Was ist das jetzt für eine tolle Karte? Naja, jedenfalls ist sie schon mal gespeichert auf meiner tollen Kreidetafel. Dort bringe ich kein Taxi hin. Anscheinend hatte es jemand mal auf eine Wette hin versucht. Aber keiner weiß, wo er heute ist. Mhm. Das ist ja eine tolle Wette. Suizidwette. Yay! Ich hab's. Zwischen dem Gebiet unter der Gaswolke und dem Eiland CX gibt es einen Geheimgang. Der Eingang dazu liegt im Dorf der Moskibinus. So schaffen sie es auch, die Regierungssoldaten von ihrem Dorf fernzuhalten. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sie haben einen Geheimgang zu dem Eiland CX. Und wieso schaffen sie es dadurch, Regierungssoldaten von ihrem Dorf fernzuhalten? Geh zum Dorf der Moskibinus. Es liegt unter der Gaswolke. Die meisten unserer Kameraden haben sich bereits dort versteckt. Du kommst hin, indem du den Aufzug auf der Plattform der Bifide nimmst. Den Aufzug erreichst du nur mit einer mächtigen Waffe. Hier, nimm diesen Pistollaser von Zarnon. Aber ohne Kristall funktioniert er nicht. Kristalle gibt es am Hang des Vulkans auf dem Eiland der Feste. Du hast einen Pistollaser gefunden. Er benötigt einen Steinkristall, um zu funktionieren. So, dann haben wir zwei weitere Ziele. Erstmal ein Kristall für mein Pistollaser. Das ist auch eine sehr coole Waffe übrigens. Zu finden. Dafür muhr ich auf das Eiland der Feste. Und dann mit dem Aufzug einen Stockwerk tiefer zu gehen. Bitte Platz machen. Man dankt. Ach. Was? Könntest du mich bitte in Ruhe lassen? Übrigens, hier sind jetzt auch überall Laserwachen. Ach. Ach, kommt. Ich bin noch nicht am sterben, oder? Ja, nur fast. Ja, das war jetzt... Alter, was... Habt ihr erst gesehen, wie ich da an der Kante festhing? Hm? Das macht ja wieder Spaß hier. So. Guten Tag. Für fünf... Auf das Eiland der Feste. Auf das Eiland der Feste. Ich werde... Wird langsam ein bisschen knapp mit dem Geld. Aber kein Problem. Es werden wieder Sprachdateien geladen. Freue ich mich auf jeden Fall. Halt! 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 Oh. Ich hab wieder Geld bekommen. Zack, zack, zack. Oh, ich hab wieder Geld bekommen. Fantastisch. Damit sind meine Geldsorgen ja direkt wieder weg. Okay. Was mach ich jetzt? Ach ja, ich muss ja ein Kristall beschaffen. Dafür muh ich hier lang. Und dieses lustige Plattformspiel ertragen. Warte, kann ich das vielleicht auch einfach mit meinem Protopack abkürzen? Nein, natürlich nicht. Das wär ja zu einfach. Das wär ja auch zu schön. Oh, 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 yeah. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Ich hasse das. Das ist... Dafür muss man echt... Instant down. Die Bicher. Nein! Oh Gott. Ja, ich... äh... bin grad... ein bisschen in niedrigstform, merke ich. Das ist nicht gut. Okay, bevor ich jetzt hier Game Over gehe, verabschiede ich mich lieber. Ich muss mich ja jetzt nicht hier blamieren, oder? Das kann ich im nächsten Part machen. Soll sich Zukunftspartner so rumkümmern. Auf Wiedersehen.